Der FC Schalke 04 hat am Deadline Day des Wintertransferfensters doch nochmal was gemacht und zwar hat man ja einen Rechtsverteidiger gesucht und den hat man nun auch gefunden in Prendon Sopi, den man von Atalanta Bergamo ausleihen konnte, ohne Kaufoption, aber das ist eigentlich selbsterklärend, wenn ich gleich noch näher auf den Spieler und seine bisherige Karriere, aber auch sein Profil mit seinen Stärken und Schwächen eingehe. Zunächst einmal hat man es hier mit einem französischen Talent zu tun, das aus der Startrennjugend kommt, was an sich schon mal ein sehr gutes Zeichen ist. Ich meine, der FC Bayern hat auch gerade einen Rechtsverteidiger aus der Rennjugend verpflichtet. Im Vergleich zu Sascha Boyi war der Weg von Sopi aber ein bisschen anders. Eigentlich sah es erst vielversprechender aus. Im Endeffekt war es dann doch nicht das, was man sich bis jetzt erhofft hat. Er ist nämlich nach nur wenigen Einsätzen in der Liga A bei Startrenn schon nach Italien gewechselt zu Udinese Calcio, wo er auch 28 Spiele gemacht hat und dabei aber meistens nur als Joker reinkam. Sein Offensiv-Output war da noch relativ beschränkt, wurde auch auf vielen Positionen einfach zum Ende hin reingeworfen für ein paar Minuten, aber so wirklich nachhaltig konnte er sich nicht entwickeln. Dennoch hat Atalanta Bergamo sein Potenzial gesehen, hat ihn verpflichtet und da hat er am Anfang eigentlich auch echt vielversprechende Ansätze gezeigt, habe ich auch das ein oder andere Spiel gesehen. Da hat er in 15 Spielen auch vier Vorlagen geliefert, also auch wirklich vorne gutes kreatives Output geliefert in Form von Vorlagen und das war eigentlich schon vielversprechend. Dennoch war er defensiv jetzt nie der allerbeste und bei Atalanta spielt man ja immer in der Dreierkette, da war er der rechte Schienenspieler. Dennoch hat Gasparini ihn ein bisschen als zu offensiv empfunden, weshalb er dann nicht mehr allzu oft zum Einsatz kam in der vergangenen Saison, woraufhin er diese Saison an den FC Turin verletzt wurde und da hatte er halt vor allem mit Verletzungen zu kämpfen, auch generell über seine Karriere hinweg. Nie eine allzu schlimme Verletzung, aber immer so kleinere Verletzungen, die dann schon ein bisschen dauern, wodurch er dann halt immer wieder rausgeworfen wird und es dann schwer hat reinzukommen, gerade im Ausland in einer Top-Liga wie der Serie A, weshalb nun der Schritt zu Schalke erfolgt, der schon relativ überraschend kommt. Ich meine, er hat in der Liga A begonnen, jetzt in der Serie A gespielt, wenn auch nicht allzu oft und er hat sein Potenzial gezeigt. Klar, nicht immer, aber auf jeden Fall macht er jetzt einen klaren Rückschritt. Ich meine, zweite Liga, da muss man nicht drüber reden, Schalke ist auch nicht mehr das, was es mal war, aber ich finde den Transfer echt genial von Schalke, aber auch von Soppy, um jetzt auf Spielpraxis zu kommen und sich mal wieder zu zeigen, eine Kaufoption gibt es ohnehin nicht. Ich meine, er hat einen Marktwert von aktuell 6 Millionen Euro, hatte tatsächlich zum Zeitpunkt, als er bei Atalanta mal gespielt hat, einen von 10 Millionen, also da ist auf jeden Fall ein Spieler, der Qualität hat. Jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern er Schalke helfen kann. Das sage ich zunächst einmal, er muss auf jeden Fall als rechter Schienenspieler spielen. Er kann zwar auch als Rechtsverteidiger in der Viererkette spielen, aber da ist er zum einen defensiv ein bisschen zu schwach und seine Offensivfertigkeiten werden dann auch nicht so in Szene gesetzt, wie er es in einer Dreierkette könnte. Aber das ist ja auch das präferierte System von Karel Gerrath, der es zuletzt nicht mehr gespielt hatte, aber in Zukunft wohl wieder darauf setzen will. Und ich meine, diese Verpflichtung verdeutlicht das eigentlich auch relativ klar, denn er ist eigentlich kein Rechtsverteidiger. Das zeigt sich bei ihm auch in den Daten. Ich habe jetzt hier mal drei Scouting-Berichte für ihn rausgesucht, jeweils für die drei vergangenen Saisons, also eine in der League A, eine bei Udine und eine bei Atalanta. Und da muss man zunächst einmal die Sample-Size betonen, denn er hat nie mehr als 800 Minuten gespielt in der ganzen Saison. Das ist schon relativ wenig, auch durch Verletzungen und so weiter. Ich habe es ja thematisiert. Deshalb kann man das jetzt auch nicht allzu hoch hängen. Man sieht auf jeden Fall, dass er defensiv mal in den Zweikämpfen ganz gut war, dann mal in den Blocks und in den Zweikämpfen nicht. Also da sieht man halt eben, dadurch, dass die Zahl der Minuten nicht allzu hoch ist, ist es nicht allzu nachhaltig, was die Daten da liefern. Aber auf jeden Fall ist er defensiv nicht der stärkste, aber jetzt auch keiner, der überhaupt nichts drauf hat. Offensiv hingegen schwankt es auch so ein bisschen, je nachdem wie er eingesetzt wurde. Bei Udinese Calcio war er halt noch eher defensiv gefragt. Da ist das Offensiv-Output dann auch nicht allzu hoch. Bei Atalanta hingegen hat er wirklich, was die Vorlagen angeht, gute Flanken geschlagen. Aber vor allem sein Kreativ-Output war wirklich sehr stark, war da auch mit eingebunden und hat auch viele Chancen kreiert. Was aber bei allen Saisons und bei allen seinen Stationen, wo er gespielt hat, gut war, war eben der Bereich, dass er vor allem mit dem Ball wirklich Meter macht. Also er ist ein sehr progressiver Spieler mit dem Ball am Fuß, geht aber auch wirklich oft in die Tiefe. Also den kann man auch schicken auf der rechten Seite. Der ist ein schneller Spieler, aber geht auch gerne mal ins Dribbling und generell für einen Rechtsverteidiger, sag ich jetzt mal, einen Spieler, der auf jeden Fall Spaß macht zu schauen, aber auch den nötigen Output in Form von Vorlagen vor allem liefert. Torgefährlich ist er jetzt nicht unbedingt. Aber gerade seine Flanken kann ich mir gut vorstellen auf einen Terorde, der dann eben per Kopf einnetzen soll. Und generell, wenn wir jetzt mal zum Fazit kommen, klar, ich habe da ein bisschen Bedenken bei ihm, was die Verletzungshistorie angeht. Also der war halt selten wirklich lang fit. Dennoch, das ist jetzt ein riesen Rückschritt. Ich meine, der hat noch nie in so einer schwachen Liga, sag ich jetzt mal, gespielt, ohne es böse zu meinen. Aber der war nur in Top-Ligen. Jetzt zu Schalke kann ich mir schon vorstellen. Ja, der hat das nötige Niveau auf jeden Fall für die Liga und wird er auch helfen. Gerade wenn man seinen Marktwert betrachtet, also das ist schon ein sehr starker Transfer, der auch ziemlich überraschend kam. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass er eher ein Typ Spieler ist, der jetzt in ein funktionierendes System, in eine funktionierende Mannschaft hätte kommen müssen, um da zu zünden. Aber das soll nicht ausschließen, dass er jetzt keine Leistung bei Schalke bringt. Ich glaube, wenn er fit ist, ist er auf jeden Fall eine gute Verpflichtung und definitiv auch eine Verstärkung. Ich meine, viel schlechter als ein Brunner oder Matriciani kann es jetzt auch nicht werden. Von daher bin ich recht zuversichtlich. Ich weiß nicht, wie es mit dem Gehalt bei ihm ist, ob das allzu hoch ist, ob Schalke viel davon zahlt. Aber ansonsten sehe ich da eigentlich kein allzu hohes Risiko und eine gute Laie, auch wenn man überhaupt keine Aussicht auf eine Festverpflichtung haben wird. Aber darum geht es ja überhaupt nicht. Man will hier die Qualität des Spielers, der ihm hier und jetzt helfen soll, dass man, ja, man muss es auch sagen, die Klasse hält. Auch wenn ich Schalke gerne weiter oben gesehen hätte und sie auch als Meister vor der Saison getippt habe. Aber gut, die Situation muss man jetzt halt annehmen. Das soweit meine Analyse zu Prendon. Was sagt ihr zum Spieler? Ist es ein guter Transfer oder er nicht? Stimmt ihr mir zu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.